Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU. Führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Willkommen liebe Modellbahnen und natürlich auch alle Modellbaufreunde von der Intermodellbau 2024 aus Dortmund. Wir senden wie versprochen live. Heute ist Donnerstag, der 18. April, Punkt 9 Uhr. Die Messe hat gerade begonnen und apropos Messe, ich habe mal nachgelesen, es ist eine Schnapszahl, nämlich die 44. Hallo Jürgen. Hallo lieber Frank. Wie lange bist du schon dabei? Wir sind tatsächlich seit dem Jahr 2000 als Aussteller mit dabei und weil es ja einmal ausfiel, ist das somit unsere 23. Messebeteiligung, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also bist du reichlich die Hälfte schon immer dabei? Ja, das mag wohl so sein und ich freue mich noch auf viele mehr Messen, die dann noch kommen werden. Da freuen wir uns natürlich auch alle und Sie sind jetzt sicherlich zu Hause alle gespannt, was Jürgen uns heute hier vorstellen wird an Neuheiten. Das Einzige, was ich Ihnen jetzt schon versprechen kann, es wird ganz anders, als Sie es gewohnt sind. Ja, das stimmt, lieber Frank. Wir wollen dieses Mal tatsächlich ein bisschen mehr über die Technik reden, weil ESO Electronics Solutions Ulm ist ja auch eine Firma für Digitaltechnik und wir haben dieses Jahr auch ganz bewusst uns sozusagen dafür entschieden, diese Sachen auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Die Chipkrise ist vorüber. Wir haben also auch mehr Produktionsmöglichkeiten und wollen auch letztendlich unseren Wurzeln da ein bisschen nochmal Nachdruck verleihen. Genau, aber eins kann ich Ihnen trotzdem versprechen und nachher davon, Sie sehen, wir beide lächeln, ein bisschen Fahrzeugmodelle bekommen Sie natürlich auch noch zu sehen. Aber natürlich, ansonsten ging es ja nicht bei dir. Alles klar. Du hattest ja im Februar, als wir die Neuheitenvorstellung gemacht haben, ja angekündigt, es gibt eine neue ECOS. Genau, eine sozusagen gefaceliftete, überarbeitete ECOS, die ECOS 50.220. Das ist letztendlich eine, aufgrund des technischen Fortschrittes, überarbeitete Zentrale, wie ich auch im Februar-Video schon andeutete. Wir haben aber auch auf der Softwareseite einige Erweiterungen eingebaut, die, wie wir meinen, für viele Modellbahnerinnen interessant sein können. Und ich möchte einfach jetzt mal kurz zeigen, was da an neuen Funktionen in der ECOS so alles möglich sein wird. Das sind natürlich vor allen Dingen die ECOS-Fans und die, die es werden wollen, sicherlich schon sehr gespannt, denn das Gehäuse, sagen wir das, außenrum, ist ja gleich geblieben. Ja, richtig. Das Gehäuse selber ist sehr gleich geblieben. Wir haben nur einen anderen Touchscreen eingebaut, der sich eben mit einem Finger ohne den Stift bedienen lässt. Und dann würde ich sagen, jetzt leg los, zeig, was die neue ECOS kann. Sehr gerne. Also wie schon erwähnt, die ECOS hat jetzt einen kapazitiven Touchscreen. Das bedeutet, ich kann den ohne Stift und auch ohne große Druck sozusagen Kraft einfach so bedienen, wie man es eben auch vom Mobiltelefon gewohnt ist. Da gibt es jetzt in der Software eine erhebliche Erweiterung, was die Pendelzugsteuerungen angeht. Also wenn man im Menü jetzt hier die Pendelzugsteuerungen anwählt, habe ich hier schon mal ein paar angelegt. Bisher war eine Pendelzugsteuerung eigentlich immer dazu gedacht, einen Zug von A nach B und wieder zurückzupendeln, mit der Möglichkeit, auch ein paar Zwischenhalte einzubauen. Im Endeffekt haben wir das Ganze jetzt so ausgebaut, dass es sich eigentlich um eine halbe Automatiksteuerung handelt. Das bedeutet, ich kann jetzt hier nicht nur eine Aufenthaltsdauer festlegen, wie lange ein Zug eben in dem entsprechenden Bahnhof stehen bleibt. Ich kann auch eine sogenannte Einfahrtsverzögerung und Abfahrtsverzögerung einprogrammieren. Das bedeutet, man kann definieren, wann erst der Zug zum Bremsen anfängt, wenn er jetzt erkennt, oh, ich komme jetzt auf dem Bahnhof zu. Das bedeutet, er kann dann nach der Erkennung noch ein Stück weiter fahren und dann erst zu Bremsen anfangen. Das hat bestimmt einen Hintergrund, weil wir jetzt eben auch sogenannte neue Haltebedingungen eingeführt haben. Das bedeutet, ich kann jetzt definieren, was muss geschehen, damit ein Zug in so einem Pendelzugbahnhof überhaupt stehen bleiben kann. Bisher war als Kriterium nur möglich ein sogenannter Rückmeldekontakt. Das ist nach wie vor auch das Einfachste. Aber man kann jetzt eben auch nicht nur ein Rückmelder nehmen, sondern auch die Stellung eines Schaltartikels, zum Beispiel die Stellung eines Signals, ob es rot oder grün ist. Weiche auch? Weiche natürlich auch. Das ist natürlich auch genauso wichtig. Man könnte aber auch sagen, ich habe eine Lokkategorie. Das bedeutet, ich könnte sagen, oh, wenn ein Güterzug des Wegs kommt, dann bleibst stehen und ein Personenzug fährt durch, obwohl es natürlich ein echt genau andersrum sinnvoller wäre. Das kann ich also auch definieren. Und ein Zufall. Genau, ich kann also auch sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann ich sagen, wenn jetzt das Ganze sozusagen eintritt, diese Bedingung, dann kann ich eben noch einen Würfel schmeißen und sagen, nur wenn der Würfel eine bestimmte Augenzeit zeigt, dann bleib auch wirklich stehen, ansonsten fahrt durch. Das Ganze ist, wie man sieht, eigentlich nicht nur für Pendelzugsteuerung hingedacht, sondern letztendlich für eine Art Schattenbahnhofsteuerung oder Automatikbetrieb. Ich kann hier eben auch bis zu acht Einzelbedingungen sozusagen verknüpfen. Alle Schaltbedingungen sind unverknüpft. Damit kann ich zum Beispiel sagen, wenn mein Einfahrtsgleis geschaltet ist und mein Einfahrtssignal eine entsprechende Stellung zeigt, dann nur fahre ich in den Bahnhof ein und bleibe stehen. Und wenn man solche komplexen Einfahrtsbedingungen hat, braucht es natürlich auch zur Abfahrt eben Bedingungen. Das haben wir auch einprogrammiert. Das bedeutet nochmal, ich kann die selben Bedingungsketten nochmal für das Weiter- oder Wiederlosfahren definieren, wenn ich es denn möchte. Im einfachsten Fall brauche ich keine Abfahrtsbedingungen, sondern mache eine Zeitsteuerung. Mit Hilfe dieser erweiterten Pendelzugsteuerung, man müsste sie eigentlich eher Automatikbetriebssteuerung nennen, kann ich tatsächlich auch einfachere Schattenbahnhofsteuerungen machen oder einen relativ lebendigen Ablauf auf meiner Anlage gestalten. Ich kann jetzt zum Beispiel auch Rundfahrten machen. Wir sagen da auch immer Schaufenstermodus. Also klassisch, die Lok fährt um einen Christbaum drumherum und bleibt ein paar Mal stehen. Solche Sachen kann ich machen. Ich kann aber auch pendeln im Sinne von drei Züge, teilen sich ein Gleis, also Gleisharfe, eingleisig, wieder Gleisharfe. Alle solchen Geschichten sind denkbar. Frage wäre jetzt noch von mir, wie viele Züge, also eine Pendelzugsteuerung ist dann nicht nur für einen Zug gedacht. Also wie viele Züge kann ich dann eigentlich hier einprogrammieren? Also wir können im Moment 16 Pendelzugstrecken definieren. 16? Ja, das ist momentan einfach sozusagen ein Limit geschuldet. Wir könnten theoretisch auch mehr machen, aber wir haben es noch nicht mit mehr ausprobiert. Okay. Aber 16 Züge sind ja auch schon eine Menge. 16 Züge sind tatsächlich für eine mittlere Anlage auch schon nicht gerade wenig. Also da kommt man schon weit. Und jede von diesen Pendelzugstrecken hat natürlich eben diese unterschiedlichen Einzelbedingungen. Das ist also ein großer Aspekt, was wir noch eingebaut haben in die ECOS. Darüber hinaus haben wir das Angebot an Lockbildern erweitert und wir haben auch die Mehrfachtraktionssteuerungen etwas verbessert, damit man schneller von einer Lock zur nächsten wechseln kann. Okay. Die Lockbilder bzw. alles, was man um die ECOS wissen muss, kann man ja auch auf den Webseiten nochmal nachlesen. Natürlich. Und was das Schöne ist, wer das Vorgängermodell hat, der ECOS, kann also auch auf die neue ECOS sozusagen von der Software updaten. Das stimmt. Also was ich jetzt gerade erklärt habe, wird in Form eines Software-Updates ab Ende April für alle zur Verfügung stehen. Nicht nur für dieses neue Gerät, sondern auch für das Vorgängergerät mit dem Farbdisplay, als auch noch die ganz alten Geräte mit dem Schwarz-Weiß-Display. Also das ist ja unsere Philosophie, dass wir Software-Updates immer allen Zentralen zur Verfügung stellen und sogar kostenfrei. Und die Frage wäre jetzt, du sprachst ja gerade eine ganz alte oder die erste ECOS an, die noch etwas eirig war. Kann das sein mit dem Regler in der Mitte? Einen Regler in der Mitte hatten wir nie. Nein, nie. Gut, dann habe ich das etwas verwechselt. Wir hatten immer zwei Regler. Der Mensch hat zwei Hände, also braucht er zwei Regler. Also die erste ECOS verträgt also genau dieses Update, wie die Nachfolgemodell. Ganz genau. Gut. So, dann gibt es ja noch was Neues dazu. Ja, wir haben natürlich noch mehr Software-Updates gemacht. Und zwar geht es hier um unser CapControl-Digitalsystem. Da müsstest du mir jetzt schnell mal assistieren und das Mikrofon... Ja, mache ich gerne. Das CapControl selber besteht eben aus einem Handregler, dem sogenannten Mobile-Control-Regler. So. Da habe ich jetzt den Vorführeffekt. Ja. Es ist halt live und... Und natürlich durch die lange Wartezeit haben wir auch schon ein bisschen einen schwachen Akku. Aber das macht nichts. Es dauert einen kleinen Moment, bis wir... So ist das halt mit der Technik, nicht Jürgen? Der Vorführeffekt ist immer der Beste. Ja, jetzt mag er mich. Aber ich denke hier in der Halle, liebe Freunde, Sie können sich das sicherlich ganz gut vorstellen. Jetzt haben wir was, jetzt haben wir ein Bild. Genau. Also der Mobile-Control-2-Handregler, den gibt es ja schon einige Zeit. Ja. Der basiert auf dem Android-Betriebssystem, was man hier auch sehen kann. Also ich kann hier auch so etwas wie eine Tagesschau-App drauf machen oder alle anderen Apps, die man aus dem App Store eben runterladen kann. Ja. Wir selber haben natürlich auch eine Eisenbahnsteuerungs-App entwickelt und die haben wir jetzt eben weiterentwickelt, damit sie mehr Funktionen machen kann. Was auffällt ist, die Weiterentwicklung, würde ich sagen, ist dieser... Tacho. Ja. Genau, wir haben jetzt einen Tacho, der sich an das originale ETCS-System anlehnt. So sieht eigentlich auch ein Tacho in der modernen Lokomotive heutzutage aus. Grobsen und Ganzen und ein paar Änderungen und Vereinfachungen mussten wir natürlich machen. In dem Moment wird das Mobile Control hat sich jetzt verbunden mit der Command Station, der sogenannten ICU-Cap-Control. Das ist quasi die Zentrale mit dem eingebauten Booster. Und in unserer Demo hier habe ich jetzt hier hinten einen LOXAN 5L-Decoder mit zwei von unseren neuen Lautsprechern und einem Rauchgenerator. Sehr schön. Ich muss doch kurz was dazwischen fragen, weil ich würde jetzt als Modellwarner fragen, ich sehe ja auf dem Display jetzt nur die Fahrstufen. Genau. Man kann natürlich auch umschalten, was ich dir nachher zeigen werde, zwischen Fahrstufen und KMH. Das wäre die Frage. Das Entscheidende und was auch die große Erweiterung ist, die gelbe Nadel und die Ziffer in der Mitte zeigt an die gewünschte Geschwindigkeit, also unsere DCC- bzw. Motorola- oder MFX-Fahrstoffen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Geschwindigkeit nach oben drehe, sieht man hier immer... Das ist zum Handregler die echte Geschwindigkeit der Lok. Wenn ich jetzt hier den Motor mal versuche zu bremsen mit der Hand, dann sieht man sofort, wenn ich den jetzt auf null runter bremse, dann geht natürlich auch meine Geschwindigkeit mit runter. Und damit kann ich immer kontrollieren, wie schnell meine Lok ist, ob sie gerade bremst oder ob sie gerade beschleunigt. Und man sieht auch, je nachdem wie natürlich die CVs eingestellt sind und ob ich sozusagen eine Speed Table, also eine Geschwindigkeitstabelle hinterlegt habe, erreicht letztendlich die echte Geschwindigkeit nicht zwingend immer die Vorgabegeschwindigkeit, je nachdem, was ich für einen Knick sozusagen in meiner Beschleunigungskurve drin habe. Dieses Feature, denken wir, ist äußerst praktisch für die meisten Modellbahner. Und man sieht auch, wenn ich eine lange Bremszeit eingestellt habe, dauert es auch bis der auf null ist. Warum ist dieses Feature interessant? Erstens mal, man sieht, ob die Loks langsamer werden, wenn man berg rauf fährt. Zweitens, man sieht auch, wenn die Lok in einem ABC-Bremsabschnitt stehen bleibt, kann man sehen, ob sie auch wirklich steht. Und drittens ist es einfach relativ cool zu sehen, wie die Loks beschleunigen und wieder abbremsen. Also würde ich fast sagen, gemeinerweise macht das System ja so eine Art Geschwindigkeitsmesssystem, was man installieren oder man installiert hat auf den Anlagen ja eigentlich überflüssig. Tatsächlich ist es so, wenn die Lok eingemessen ist, dann zeigt es wirklich sehr akkurat in Scale, also in kmh zum Beispiel an. Ich habe das auch überprüft mit unserem eigenen Messwagen. Der stimmt plus minus 1 kmh wirklich relativ erstaunlich überein. Ich hätte es selber nicht gedacht, dass das so genau ist. Aber du wolltest ja vorher wissen, ob man auch umschalten kann auf kmh. Man kann hier die Lok bearbeiten. Man kann hier unten jetzt eben wählen. Geschwindigkeitseinheit. Ich kann jetzt natürlich genauso gut sagen, ich gehe auf kmh. Ja, okay. Na, man sieht es mal wieder nicht. Doch, du hast doch. Ich brauche meine andere Hand. So, und jetzt kann ich hier natürlich noch einstellen, wie schnell die 78er fährt. Ich glaube, das waren 100. 100 maximal, ja. Genau, da muss ich jetzt richtig tippen. Ja, ja, trotz Brille. Ja, so, jetzt haben wir 100. So, und jetzt gehen wir hier auf Speichern. Bestätigen. Und jetzt zeigt es mir hier eben 100 kmh an. Okay. Und zeigt natürlich hier unten auch in klein auch nochmal die echte Geschwindigkeit in kmh an. Also hier habe ich jetzt 18, 19, 20 und so geht es jetzt immer schneller. Also das hat eine sehr, sehr coole Erweiterung meines Erachtens mit diesem Rundtacho. Ich kann auch relativ schnell jetzt nach oben swipen und hätte dann mehr Funktionstasten, bloß die Lok hat nicht mehr. Also swipen wir mal zu einer anderen. Die hat jetzt 30 Funktionstasten. Wenn ich jetzt irgendeine schalten will, dann schalte ich die halt geschwind. Aber das sind jetzt alles Momenttasten und gehe wieder zurück auf mein Tacho. Okay. Also mit links und rechts. Also das gewohnte Schaltbild ist geblieben, was man schon immer hatte. Genau. Nur ist es erweitert worden um diesen wunderschönen Tacho. Genau. Was wir auch noch erweitert haben, wir haben jetzt einen sogenannten Bremsregler eingebaut. Da gehen wir wieder auf Lok bearbeiten. Ja. Ich kann links und rechts zwei Bremsregler einblenden. Linke Bremsregler oder rechte. Die sind jetzt beide aus. Ja. Und in unseren Lokson 5 Dekodern sind bis zu drei Bremsfunktionen möglich. Ich sage jetzt hier zum Beispiel 1, möchte ich auf dem rechten Regler die Bremsfunktion 1 haben. Und zusätzlich möchte ich noch eine Funktionstaste auswählen. Sagen wir mal die F11. Was normalerweise bei allen unseren ESO-Projekten die Bremse ist. Ja. Und jetzt wieder auf Speichern klicken. Dann siehst du, dass ich jetzt hier einen Bremsregler habe. Und der funktioniert analog. Das heißt, je weiter ich den runter tue, desto stärker wird die Lok dann bremsen. Dieses Bremsfeature ist in unseren Lokson 5 Dekodern schon seit Anbeginn drin, kann man sagen. Seit etwa 2019. Wurde aber letztendlich nur benutzt mit einem Tastendruck, wo dann eine feste Bremse eingestellt war. Aber jetzt kann ich mit Hilfe des Bremsreglers sogar wirklich dynamisch die Bremskraft einstellen. Und das Schöne ist, man hört es. Man hört es natürlich auch. Und was noch geiler ist, man sieht es dann natürlich auch an diesem Regler. Leider hat jetzt die Lok diese Funktion eben nicht. Aber überspielt jetzt diese Bremsregler-Funktion die voreingestellten Werte? Ja. Genau. Also es gilt immer der Analogwert in dem Moment. Also der Decoder akzeptiert dann letztendlich, dass der Schiebewert hat eine höhere Priorität wie der fixe Wert, der voreingestellt ist. Das ist schön. Und durch das Software-Update in dem CapControl MCU, aber auch in der ECOS selber, werden jetzt diese analogen Bremssignale an den Decoder übertragen, sodass der die letztendlich auch entsprechend beherrschen kann. Und das ist auch ein riesen Mehrwert in der ganzen Eisenbahnsteuerung, weil man jetzt endlich auch wie in echt die Druckluftbremse sozusagen stärker anlegen kann oder auch letztendlich wieder lösen muss zum Weiterfahren. Ja, lösen kann und dann rollt er wieder. Ja. Ich bin begeistert. Also ich muss auch sagen, ich spiele sehr gerne mit der ganzen Geschichte schon rum. Und es macht schon noch wirklich mehr Laune, wenn man das so sehen kann. Ich hätte es anfangs nicht gedacht. Ich dachte erst, okay, es ist eher so eine Spielerei. Aber es hat wirklich einen Mehrwert, insbesondere wenn man die Loks nicht immer einsehen kann. Aber dann doch eine Gewissheit hat, dass sie noch fahren und wie schnell. Und ob sie irgendwie, wenn sie entgleist werden, würde natürlich auch die Geschwindigkeit auf neu gehen. Also Spielerei würde ich schon stehen lassen, was du gesagt hast, Jürgen. Das ist ein sehr schönes Stichwort. Denn der Spielwert mit einer Modell-Lock wird mit diesen Features absolut erhöht. Richtig. Und was auch den Spielwert erhöht, das will ich natürlich auch noch zeigen. Die neuen Lautsprecher. Wir haben natürlich hier auch unseren neuen Lautsprecher mal letztendlich. Mit Musik. Also klingt schon sehr gut, muss ich sagen. Also das kann ich Ihnen gestellten, die wir zu fahren. Es ist absolut. Also die Lautsprecher selber sind natürlich im Bassbereich optimiert. Wir haben natürlich auch noch ein paar kleinere seit diesem Jahr, die besser in H0-Locks reinpassen. Und ich muss sagen, die sind schon, wie man so schön sagt, auf neudisch ein Game Changer. Die neuen Lautsprecher in Verbindung mit der Klangregelung, Bass- und Höhenregelung der Lokshorn 5-Decoder machen wirklich einen großen Unterschied. Und letztendlich kann dann auch jeder den Klang so anpassen, wie er es gerne für sich hätte. Diese Software-Updates, lieber Frank, möchte ich noch sagen, kommen alle Ende April auf den Markt. Im Sinne von Software-Updates, die man wieder kostenfrei runterladen kann von der Webseite und dann downloaden kann. Für die Leute, die die Mobile Control-Handregel schon haben, natürlich ganz normal das Update-Programm starten, holt sich dann von unserer Webseite die neuesten Packages, die ECOS wieder runterladen. Es muss natürlich beides auf dem neuesten Softwarestand sein, damit das funktioniert. Damit die Geschwindigkeitsübertragung funktioniert, brauche ich die neueste Software auf dem Handregler, die neueste Software auf der ECOS-Zentrale. Und ich brauche Lokshorn 5-Decoder, die dann auch die neueste Software haben werden, in Form eines Updates von unserer Log-Programmer-Software. Wie sage ich immer, da hat mal einer richtig mitgedacht. Es ist tatsächlich schon so, dass wir wirklich viel updaten müssen, aber es funktioniert auch alles jetzt. Wir nutzen die Messe jetzt eben auch noch zu einem letzten Test und haben natürlich auch ein paar Beta-Tester am Start, die das auch nochmal alles durchtesten. Und auch hier gilt wieder, alles kostenfrei, auch die ganzen Lokshorn 5-Decoder, die sind seit 2019, sind alle updatefähig. Da kann man ja nur noch zum Schluss für diese Neuheiten vorstellen und sagen, Leute, kommt alle zur Messe nach Dortmund, seht euch das Wunder-Original an und seid begeistert, so wie ich es bin. Ja, natürlich, wir stehen Rede und Antwort und freuen uns auf Feedback. Das ist ja noch nicht alles, was du jetzt hier vorgestellt hast, sehr ausführlich. Ich bin ja erstmal sehr dankbar dafür. Es wird sehr viele Leute auch interessiert haben bis jetzt, die gesagt haben, naja, schön, was kann denn das und so alles. Also mehr kann man schon gar nicht sagen. Ich glaube, das wird also wieder viele, viele Freude finden, diese Software-Update und alles das, was man damit machen kann. Bin ich mir ziemlich sicher. Das freut mich. So, nach dieser ausführlichen Beschreibung der neuen ECOS, der Software-Updates, was man alles machen kann, sind wir ja noch nicht am Ende mit der Technik sozusagen. Denn dann gibt es ja, glaube ich, noch einen neuen Decoder. Ja, wir haben einen Lok Sound 5 Nano mit einer Next 18-Schnittstelle gemacht, der genauso groß ist wie ein normaler Lok Pilot 5 nach Norm. Der ist letztendlich geeignet, um kleinere N- und TT-Loks, die eigentlich gar nicht für den Sound vorgesehen waren, von der Schnittstelle, doch mit einem echten Lok Sound 5 ausstatten zu können. Man kann also diesen Decoder mit Hilfe eines, wenn man jetzt eine PLAX 16-Schnittstelle hat, bei TT ist das ja nicht unüblich, mit Hilfe eines Adapters sozusagen, ältere Loks mit dem neuen Decoder. Genau, wir haben eine Reihe von Adapterplatinen, entweder von PLAX 12 bzw. PLAX 16 auf Next 18 oder aber auch auf die neue E4 20-Schnittstelle, die noch ein deutliches Stück kleiner ist, als die Next 18 und mehr Funktionen übertragen kann. Das hängt ein bisschen vom Modell ab. Diese PLAX 12 und PLAX 16-Schnittstellen sind ja eigentlich im Standard als obsolet schon gekennzeichnet und sollen nicht für neue Lok Designs verwendet werden. Natürlich wurden sie lange Zeit verwendet, gerade eben auch in TT und N-Spur. und insofern gibt es natürlich noch reichlich Loks draußen, die noch eines Decodes harren und wir glauben natürlich mit diesen Adapterplatinen schon Möglichkeiten für diese Loks geschaffen zu haben. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist ja PLAX 16-Schnittstellen eigentlich schon out, das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß, oder? Ja, es ist insofern nicht mehr zeitgemäß, weil die PLAX 16-Schnittstelle relativ wenige Funktionsausgänge nur anbot und da trennt natürlich selbst in N-Spur zu immer mehr Funktionen geht. Man sieht es auch zum Beispiel an der Südexpress Euro Dual oder Euro 4000, die ja auch letztendlich so viele Lichtfunktionen hat, wie man sich früher nicht mal für H0 vorstellen konnte. Und mit diesen alten Schnittstellen ist das eigentlich nicht zu machen und das war wirklich auch der Grund für die E24-Schnittstelle, die wir entwickelt hatten für eben solche Lok Kunden, die an uns herangetreten sind. Und ich bin auch relativ glücklich darüber, dass die VHTM und NMAA dieses Thema entsprechend aufgreift. Und letztendlich hat sich das schon zu einem de facto Standard entwickelt. Meine Standardfrage zum Schluss spare ich mir jetzt. Ich denke mal, da werde ich wohl eine Abfuhr wieder kriegen. Was kommt denn technisch noch so jetzt? Wir haben mit Sicherheit sehr viel noch in unserem Portfolio, aber darüber kann ich natürlich nicht sprechen. Ich habe es probiert, liebe Freunde. Ich habe es probiert. So, da würde ich sagen, Jürgen, leiten wir gleich zum nächsten Thema über. Ja, sehr gerne. Du hattest gesagt im Februar, als wir die Neuheitenvorstellung gemacht haben, dass du einen kleinen Wermutstraum einschenken musst. Es geht um die E03. Jetzt können wir natürlich sagen, wir haben eine zu zeigen. Wir haben eine zu zeigen. Genau, wir waren ja noch schuldig die Epoche 4 Variante mit der doppelten Lüfterreihe. Richtig. Die Serienausführung, wie sie doch in der Vielzahl letztendlich auch in Original unterwegs war, beziehungsweise teilweise noch ist. Ja. Diese Loks sind jetzt verschifft und auf dem Weg nach Europa. Kann eigentlich nicht mehr allzu viel schief gehen, so gut man das natürlich in der heutigen Weltsicherheitslage behaupten kann. Aber bleiben wir mal optimistisch, dann sind die Loks Ende Mai bei uns in Deutschland, in Neu-Ulm im Lager und werden dann ausgeliefert. Die Vorserien-Lok und die Orient-Rote-Lok sind bereits in Lieferung und wurden auch schon und dafür möchte ich mich auf jeden Fall auch nochmal bei den Vorserien bedanken, auch sehr gut angenommen worden. Das kann ich mir vorstellen. Es schaffen ja nur wenige Loks zu Kult-Loks. Ausgerechnet diese Maschine ist nun absolut da. Hammer. Es ist natürlich mehr oder weniger die Kult-Lok und das merkt man auch an den Reaktionen. Bedeutet natürlich auch, dass die Leute sehr kritisch sind, was sie natürlich zwangsläufig auch sein müssen, wenn es doch um eine Kult-Lok sich handelt. Und wir sind eigentlich mehr als zufrieden, auch mit den Absatzzahlen dieser Zweitauflage. Wie gesagt, herzlichen Dank für das Vertrauen. Nun müssen wir ja auch dazu sagen, Jürgen, EESU macht ja keine halben Sachen, sondern ganze Sachen. Es wird nicht gekleckert, es wird geklotzt. Die E03, die Kult-Lok, es schaffen ja wie gesagt wenige Loks zu diesem Kult-Status. Und ich muss dazu sagen, die Deutsche Bundesbahn, das ist ja schließlich eine Bundesbahn-Maschine, die haben ja früher noch ein bisschen Geschmack bewiesen, was das Design betrifft. Es ist nie wieder so eine schöne Lok auf den Gleisen gewesen. Das liegt natürlich wie immer im Auge des Betrachters, lieber Frank. Ich würde auch sagen, dass es heute auch moderne Loks gibt, die durchaus ansehnlich sind. Kann sein, dass sie vielleicht etwas Nostalgie stänke an der Stelle, aber es ist wirklich eine unglaublich schöne Lok. Ja, das stimmt. Und die Leute sind natürlich insofern auch, weil es eine Kult-Lok ist, entsprechend anspruchsvoll, was die Optik und das Technikpaket angeht. Apropos anspruchsvoll. Du hattest ja auch gesagt, dass wir noch mal über die N-Wagen sprechen könnten, die jetzt vielleicht lieferbar sind beziehungsweise andere Farbvarianten. Wir hatten im Februar ja nur Fotos da von den Silberlingen. Genau. Was ist jetzt neu gekommen? Wir haben jetzt tatsächlich alle angekündigten N-Wagen oder Silberling-Varianten zu zeigen hier auf der Messe. Die Bewegtwagen, die Triwagen, den Lufthansa-Express, alles was neu kam, auch die CFL-Varianten aus Luxemburg sind schon mittlerweile da. Es ist mittlerweile ein sehr, sehr bunter Zoo geworden von Silberlingen und viele Leute warteten doch relativ geduldig jetzt auf die Lieferung. Teilweise sind sie schon da und ausgeliefert. Die anderen schwimmen ebenfalls jetzt auf dem Weg nach Europa. Also alle Wagen, die wir jetzt hier gesehen haben, vielleicht können wir es nochmal einspielen, sind in Kürze beziehungsweise sind bereits. Genau. Spätestens Ende Mai sind alle lieferbar. Wenn man auf unsere Webseite guckt, steht bei jedem Produkt immer in der Tabelle unten der Liefertermin. Wenn da gar nichts drinsteht, dann ist es in der Regel ab Lager lieferbar oder es steht ein Termin drin. Und diese Termine werden auch immer in der Regel am Ende eines jeden Quartals aktualisiert. Denn wir wissen ja alle, in der Modellbahn ist nichts so sicher wie die Unsicherheit. Sprich, es kommt halt leider Gottes immer wieder zu Verzögerungen. Und da kann ich Sie nur drauf sozusagen ansperren oder ermutigen, wenn Sie was vorbestellt haben. Sie müssen nicht zwingend bei uns anrufen oder den Händler löchern. Gucken Sie auf unsere Webseite und schauen da auf den geplanten Liefertermin. Apropos Löchern. Liebe Freunde, kommen Sie reichlich nach Dortmund. Denn hier können Sie dann im Original den Jürgen Lindner oder die fleißigen Mitarbeiter löchern. Ob Sie technische Fragen haben oder sich eben die Modelle alle angucken wollen. Es ist alles da. Ja, natürlich. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Leute nach Dortmund sozusagen kommen. Nicht nur wegen den Ehrlich Brothers oder wegen dem Fußball, sondern eben auch oder gerade wegen der Modellbahn. Wir machen auf dem E-Sustand wie immer Software-Updates von E-Kosten oder auch sämtlichen anderen Geräten wie eben auch die Mobile Controls. Wir überprüfen gerne Lokomotiven oder Dekoder, sofern es uns halt möglich ist. Und wir versuchen natürlich mit Rat und Tat da zu sein. Oder letztendlich können Sie eigentlich auch alles hier angucken, was wir haben. Was wir beißen nicht. Also kommen Sie alle reichlich nach Dortmund, liebe Freunde, bis Sonntag, dem 21. April. Ist die Messe ja noch offen. Schnappen Sie Ihre E-Kost, schnappen Sie Ihren Handregler. Sie haben es gerade gehört, das Angebot. Sie kriegen das Update auch hier gemacht, wenn Sie sich selbst zutrauen. Und nebenbei können Sie auch noch mal mit den Experten hier sprechen und sich auch die wunderschönen Modelle von EESU anschauen. Und auch die wunderschöne Eckanlage, Vorführanlage ist auch da. Auch da fahren Lokomotiven. Also Herz, was willst du mehr? Ich hoffe, das passt für alle. In dem Sinne, liebe Freunde, das war es für die erste Live-Übertragung. Der erste Live-Stream ist jetzt wiederum schon wieder fast Geschichte. Wer bleibt du noch, mich von dir zu verabschieden, lieber Jürgen? Vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast. Mal eine ganz andere Sendung. Kein Modellfeuerwerk, liebe Freunde, sondern einfach mehr ein Technikfeuerwerk. Aber es war genauso höchst interessant. Vielen Dank. Ich habe zu danken, lieber Frank. Viel Spaß noch. So, werden wir haben. So, liebe Freunde, wir ziehen weiter mit unserer Technik zum nächsten Übertragungspunkt. Bleiben Sie also gespannt. Ich glaube, Tillich waren die Nächsten. Also bis dann. Bis dann.